Lass meine Welt, nicht Christ, die Sicht verschleiern. Mein Vater, ich bitte um deine heilige Sicht für meine eigene Heilung. Ich will auf deine Welt blicken, damit ich in tiefstem Vertrauen meinem Bruder die Hand reichen und wahrhaft all meine Liebe geben kann, so wie du möchtest, dass ich sie gebe. Vater, möge mein altes Selbst vergehen, sodass ich mich nur deinem Frieden hingebe, deinem Wort und deiner tiefen Liebe zu mir. Es braucht die Kapitulation, damit ich mich nicht länger an Illusionen festhalte und Zeit mache. Vater, dein Licht ist gekommen. Dein Ruf ist zu hören, endlich deine Liebe anzunehmen und sie zu lehren. Das ist unser aller Funktion und das ist alles. Mein Vater, so danke ich dir wieder und wieder so sehr für deine heilige Stille und allumfassende Liebe für jeden von uns, für dein uns so nahe sein, genau jetzt, so sanft, so liebevoll und so zärtlich. Lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Amen.